Wissen ist der Hit, kommt singt alle mit, Blippi! Wow! Hey, ich bin's, Blippi! Und seht mal, wo ich bin! Wow, heute bin ich bei iFly Indoor Skydiving in Seattle, Washington! Das ist so cool! Ja, Indoor Fallschirmspringen! Ja, normalerweise springt man aus einem Flugzeug! Wow, ich habe solche Angst! Und dann zieht man am Fallschirm und gleitet zu Boden! Aber heute gehen wir Fallschirmspringen da drin! Ja, da sind große Ventilatoren, die Luft nach oben drücken! Und dann ist man hier und dann fliegt man! Ja, ich bin so aufgeregt! Los geht's! Hey! Willkommen bei iFly, Blippi! Danke für die Einladung! Schnell nach oben aufs Flugdeck! Wir sind bereit für deinen Flug! Okay, los geht's! Kommt mit! Flugdeck-Aussichtsbereich! Oh! Das Flugdeck muss gleich hier oben sein! Wow! Ich bin so aufgeregt! Wow! Hier ist es! Wow! Das ist das Flugdeck! Yeah! Von hier könnt ihr zusehen! Und das ist der Windkanal! Haha! Ich bin so aufgeregt! Wow! Seht mal! Im Inneren des Windkanals liegen ganz viele bunte Bälle und Spielzeuge! Hey! Ich hab ne Idee! Schalten wir doch den Windkanal ein und sehen, welche Dinge zuerst in die Luft fliegen! Haha! Kommt mit! Wow! 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 Wartet kurz! Wir brauchen ne Sicherheitsausrüstung! Hey! Hier drüben... ...haben wir... ...die gelben Schließfächer! Wow! Haha! Ja! Dieses hier! Haha! Okay! Für die... ...Augen! Oh! Schön durchsichtig! Haha! Schützt unsere Augen! Perfekt! Dann... ...noch Ohrstöpsel... ...ins Ohr stecken... ...perfekt! Drehen... ...und hier ist noch ein Ohr... ...ja! Gut verschlossen! So! Jetzt... ...können wir wieder reingehen... ...und sehen, welche Dinge fliegen! Wow! Guckt mal! Haha! Hier ist meine Kiste! Und jetzt... ...werde ich sehen, welche Dinge zuerst fliegen! Hier haben wir ein paar ganz normale Wiffelbälle! Einen blauen und einen pinken! Oh! Wir haben ein Gummientchen! Hey! Hey! Und... ...ein Gummihun! Haha! Okay! Hey! Seht mal hier! Wow! Ein großer Basketball! Wow! Haha! Okay! Schalten wir es ein! Und dann... ...sehen wir... ...welche Dinge fliehen! Wow! Hört ihr das? Wow! Die Bälle beginnen sich zu bewegen! Wow! Okay! Hey! Sammeln wir sie ein! Ja? Hey! Ich hab ne Idee! Warum bieße ich nicht etwas Wasser aus? Und guck, ob es in der Luft schwebt! Haha! Fertig? Wow! 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 Seht ihr das? Es schwebt in der Luft! Wow! Wow! Bis später Wassertropfen! Haha! Sie fliegen wirklich hoch in der Luft! Ich mach noch mehr! Wow! 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 Ich werde nass! Okay! Seht euch das an! Also! Ich habe diesen echt coolen Spritzer hier drüben! Und ich werd den vollsaugen! Okay! Jetzt ist er voller Wasser! Seid ihr bereit? Wow! Wow! Richtig weit raus! Aber jetzt! Wow! Wow! Wiii! Hahaha! Wow! Hahaha! Wow! Hahaha! Das ist echt viel Wasser! Hahaha! Wow! Das ist echt viel Wasser! Es war so lustig mit den Sachen zu spielen! Und zu sehen wie Wasser reagiert, wenn die Luft super schnell hochkommt! Aber wir sind ja nicht hier, um zu spielen! Wir wollen unsere Körper nutzen, um selbst in die Luft zu fliegen! Also! Lernen wir wie man das macht! Im Klassenzimmer! Haha! Wow! Okay! Was machen wir? Hey Blippi! Wir sehen uns ein kurzes Video an, bringen dir alles Wichtige bei und dann können wir fliegen! Super! Okay! Dann gucken wir jetzt das Video! Haha! Wow! Was für ein cooles Video! Okay Blippi! Jetzt weißt du wie man fliegt! Richtig? Ja! Ich weiß Bescheid! Okay! Ein paar Fragen! Okay! Was heißt das? Beine ausstrecken! Beine ausstrecken! Richtig! Und das hier? Beine beugen! Und das heißt entspann dich ein bisschen! Sehr gut! Regel Nummer eins! Kinn hoch! Haha! Super! Du bist startklar! Besorgen wir dir deine komplette Ausrüstung! Sehr gern! Wir holen den Helm, die Schutzbrille und den Fluganzug! Okay! Los geht's! Ich zieh jetzt die ganze Ausrüstung an und dann können wir fliegen! Yeah! Na gut! Sieht aus, als hätte ich echt viel Zeug anzuziehen! Hier liegen mein Fluganzug, der Helm, die Brille und die Ohrstöpsel! Haha! Okay! Drei, zwei, eins! Wow! Setz ihr euch an? Yeah! Wie sehe ich aus? Wow! Ich bin bereit zu fliegen! Gehen wir zum Windkanal rüber! was ist unser Club obtained? luôn, dass finden wir, obwohl wir Ihr창 lebt, und das Polen sind dann Deine veröffnet! Die Filme stehen Digga Maya und Thinguegern zu einem der belegten Das ist ein Höhlenflug. Jetzt fliegen wir richtig hoch. Wow, das war super. Okay, lassen wir doch den Experten ran. Kommt. Das wird der Wahnsinn. Wow, seht euch die Maschine an. Wow, sie ist so groß. Okay, es geht los. Wow, seht ihn euch an. Wow. 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 Das war so verrückt. Habt ihr es gesehen? Er flog hoch und runter. Und dann drehte er sich und wackelte. Nun Witz, er hat nicht gewackelt. Er blieb ganz ruhig. Yeah, es war so cool. Ich hatte so viel Spaß. Als ich dran war, drückte tonnenweise Luft gegen meine Brust und meinen Körper. Und als ich mich klein machte, ging ich runter. Aber als ich mich streckte, ging ich hoch. Ja, denn dann hab ich viel mehr Oberfläche. Wow, das war so ein Spaß. Ich kann's kaum abwarten, das nochmal zu tun. Wow. Blippi, du hast das so gut gemacht. Wir haben einen Flugschein für dich. Und du kannst gerne wiederkommen, um noch mehr Tricks zu lernen. Aha, ein echter Flugschein? Gut gemacht. Vielen, vielen Dank. Wow. Ich hab einen Flugschein bekommen, weil ich bei iFly geflogen bin. Yeah. Ich hatte so viel Spaß bei iFly Indoor Skydiving in Seattle, Washington. Wow. Es war so cool. Als mich der Wind nach oben drückte und mich spüren ließ, wie sich Fliegen anfühlt. Wow. Wow. Das war so lustig. Aber das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingebt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir? Bereit? B-L-I-P-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I. Kommt alle her, lernen ist nicht schwer. Blippi, Blippi, Blippi. Wissen ist ja Hit, kommt, singt alle mit.